So, in der Kellerbar waren wir. Hier ist noch jemand. Hallo! Tut mir leid, der Laden ist geschlossen. Ich warte auf die Lieferjungs, aber die lassen sich ganz schön Zeit. Oh. Okay. Oh, Hüte. Jede Menge Hüte. Das wäre... Oh. Das schaut irgendwie kaputt aus. Mit dir können wir nicht reden und... Doch, von hier kommen wir. Okay, gut, 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 gut. Zumindest ein bisschen Übersetzung. Residenzladenstraße Neko Corp. Okay. Mal gucken. Das scheint die Wache zu sein. Wer oben drauf? Ja! Okay, creepy. Ah, das sind diese Dominos... Okay, okay. Ich glaube, ich kriege langsam Orientierung rein. Ich bin gerade in die Nähe des Aufzugs gegangen und wurde von den Wächtern angebrüllt. Seit Jahren wird uns gesagt, dass die Oberfläche unbewohnbar ist. Wir akzeptieren das einfach so als Tatsache. Aber warum? Weißt du was, mein Freund? Halte dich von den Wächtern fern. Sie sind bösartig und sie haben meinen Kumpel Pablo. Er hat 350 Jahre abzusitzen. Also sehr vorsichtig. Danke. Hallo. Was kann ich heute für dich tun, Chef? Ich glaube, du hast nichts, was ich verdauen kann. Weiß nicht. Schöne Küche. Nicht gerade sauber. Und mal wieder... Oh. Ups. Entschuldigung. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Es ist interessant zu sehen, wie die Roboter die Arbeit und das Verhalten der Menschen nachahmen. Hier scheinen sie Burger und Streetfood zu verkaufen. Ich erinnere mich an mein Lieblingslokal, als ich noch ein Mensch war. Es war klein und einladend. Und der Name... Ich weiß es nicht mehr. Es fing mit M an, glaube ich. Okay. Cool. Wie komme ich hier wieder runter? So. Hier übersetzen. Tagesmenü. Trockene Luft und Schlüssel mit heißem Öl. Extra Qualität. Oh ja, klingt ja jetzt nicht so schlecht, wenn ich denn eine Roboter wäre. Okay. Das heißt aber, hier sind definitiv noch die ein oder anderen Sachen, die ich beobachten oder anschauen könnte. Oh, der schaut hier irgendwie nach... Darf hier nicht lang aus, oder? Ups. Au. Okay. Akzeptiert. Ist okay. Ist, ist, ist okay. Hallo. Kein Schritt weiter. Der Zugang zum Außenbereich ist vollständig gesperrt und der Aufzug wurde deaktiviert. Der Außenbereich ist nicht sicher. Kein Schritt weiter. Ah, okay. Hier darf ich also auch nicht durch. Ah. Dafür darf ich hier oben rumklettern. Ist okay. Hm. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir die ein oder andere Ebene weiter nach oben kommen. Ich glaube, das ist zu hoch für uns. Schauen wir doch mal in den Seitenstraßen weiter. Weil hier schaut das doch so aus. Als käme man weiter. Hab ich hier vielleicht noch darin irgendwo was übersehen? So eine Erinnerung oder so? Nee, wahrscheinlich hier die Kassette. Mal schauen, ne? Probieren wir jetzt mal hier irgendwo nach oben zu kommen. 1, 2, 3, ja schaut gut aus, schaut definitiv nicht schlicht aus, noch eins weiter, hier aufs Fensterbrett, gehen wir da rüber? Ne, können nur hier hoch, eingeschickter Spurrung, nochmal, so, können wir hier weiter hoch? Nö, da dürfen wir nicht weiter lang, okay, dann hier rüber, hin und her, okay, so weit hoch dürfen wir nicht, da dürfen wir auch nicht hin, komm, hier muss es irgendwo einen Weg weitergeben, nochmal schauen, das ist gerade von dem Lichtwinkel nicht ganz so leicht, vielleicht doch da hoch? Ne, da dürfen wir nicht hin, hier können wir nicht hin, und das hier bringt uns herzlich wenig, weil da hat nämlich die gleiche Straße, als die wir auch rein sind, also, wenn wir hochspringen können, dann muss es einen Grund geben, definitiv. Naja, auch nicht. Okay, hier könnten wir vielleicht weiter. Da können wir aber nicht weiter. Auf die Dinger können wir nicht draufspringen, da können wir auch nicht draufspringen. Und vielleicht in eins der DR-Dinger hier rein? Nö. Okay. Hm. Und da sind Spikes drauf. Mal schauen. Und ich glaube, darüber, weiß ich gar nicht, ob wir da rüberkommen. Ähä. Hier sieht es nämlich nicht danach aus, oder? Da können wir aber hin. Vielleicht da drüber? So weit runter wollte ich jetzt eigentlich, glaube ich, nicht, oder? Aber gut zu wissen, da kommt man so auch lang. Okay. Da kommen wir also hier einmal im Kreis hin und her. Orientierung. Schauen wir mal, ob es vielleicht in einer Straße weiter funktioniert. So hier zum Beispiel. Hier zum Beispiel. Und wir hier drauf. Nup, nup, nup. Hier drauf. Hier drauf. Oh je, was für eine Kletterpartie. Okay, hier können wir nur wieder runterspringen. Schauen wir uns mal hier weiter um. Okay. Gut. Hier oben können wir uns halt ein bisschen lang schleichen. Aber wirklich was bringen tut das auch nix. Oder? Schaut nicht danach aus. Wo hat uns das ja gesagt, dass das ein Straßenname ist. Ob wir hier oben vielleicht noch irgendwo hinkommen könnten. Da war nix. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo drauf kommen. Ja, schaut schon mal gut aus. Nein. Eins war da oben, bitte. Und zwar hier drauf. Sind wir da drauf? Nö. Da dürfen wir auch nicht drauf. Da aber. Ich weiß vielleicht nicht so ganz genau, was das gebracht hat. Aber egal. Und da dürfen wir da nicht drauf. Okay. Ups. Jo. Ui. Fancy Werbung. Mhm. Vielleicht schauen wir uns später hier nochmal ein bisschen um. Und hier unten rein. Sieht so ein bisschen so aus, als ob wir hier später hier rein können. Aber mal schauen. Mal schauen. Ich denke, wir werden uns hier in der Stadt noch ein bisschen umschauen können. ein bisschen später. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier hinten weiter. Das da umschaut interessant aus. Komme ich da hoch? Komme ich da irgendwie hin? An der Seite schon mal nicht. Äh. Schaut irgendwie schlecht aus. Schaut irgendwie schlecht aus. Okay. Auch hier dürfen wir nichts mitnehmen. 1,1. 1,1. 1,1. Was stand denn bei uns auf dem Ding drauf? 3,5. Okay. 3,5. 4,5. 5,5. 5,5. 5,5. Äh. Hey, du Backe, wir können dich auch sehen. Oh. Okay. Arlet Klärchen. Hallo. Das Leben ist langweilig, seit die Wächter in unserer Residenz Kameras installiert haben. Oh. Okay. Hey, diese Kassetten gehören uns. Weißt du nicht, dass man nicht klaut? Was ist klauen? Ich könnte dir eine geben, aber dafür müsstest du etwas für uns tun. Die Wächter haben drei Sicherheitskameras installiert, um uns zu überwachen. Das gefällt uns ganz und gar nicht. Kannst du uns sie vom Hals schaffen? Ich denke, das ist machbar. Ich denke, das ist machbar. Hier muss es ja irgendwo... Schauen wir erstmal, dass wir in den obersten Stock kommen. Oberen. Okay. Okay. Creeper auf dem Kopf. Hallo. Jemand zu Hause? Die Person, die du erreichen willst, ist im Moment nicht erreichbar. Timi, hör auf mit diesem Unsinn. Kein Anschiss unter dieser Nummer. Okay. Hier können wir nichts machen. Ah, hier auch nicht. Okay. Hier ist die Treppe auf jeden Fall nach oben. Juhi. Hier ist noch eine Treppe nach oben. Nehmen wir mal die hier. Ah, ich kann nicht... Ich kann nicht anders. Ich kann dem Drang nicht widerstehen. Hier können wir auch nicht kratzen. Okay, da ist eine weitere Treppe nach oben. Hallo, die Herrschaften. Tut mir leid, ich weiß nicht, wo ich ihn hingesteckt habe. Aber lass uns trotzdem spielen. Ich werde in diese Höhle gehen. Los geht's. Was soll das heißen? Du hast deinen Charakterbogen vergessen. Ich habe die ganze Woche damit verbracht, diese Sitzung vorzubereiten. Oh, no. No. Improvisieren, Dude. Improvisieren. Das geht schon. Geht doch ohne Charakterbogen. Ha. So. Es tut mir unfeuchtbar nicht leid. So. Wir wollen Kameras zerstören. Oh, hier können wir noch kratzen. Was ist das für ein Geräusch? Ich habe die... Ich habe letzten Monat erst alle meine Kugellager geölt. Oh. Das warst nicht du, Junge. Okay. Okay. Hier geht es noch weiter in dritten Stock. Ah. Und da geht es wieder runter. Okay. Upf. Ah, das tut mir jetzt aber dick. Sorry. Oh. Ups. Wo ist die dritte? Irgendwo haben sie doch gesagt, da ist eine dritte. Da ist die dritte. 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 Ups. Ne, ne. Ich möchte schon da hoch. No. So. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich mit solchen Sprungsachen eigentlich super schlecht bin. Bonka. Leute? So. Wo war jetzt die Treppe wieder nach unten? Hier war eine Treppe nach unten. Was? Wie? 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 Okay. Hey, ich glaube Simon hat etwas für dich. Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Hier, nimm das als dein Preis. Das ist dir verdient. Ich kann mitsingen. Okay. Genau, ihr zwei diskutiert über den armen Charakterbogen. Sollen wir doch mal sehen. Da ist eine Treppe nach oben und hier ist eine Treppe nach oben. Wir wollen zur 3, 5. Okay, hier werden wir, glaube ich, irgendwie vielleicht noch was machen können. Maybe. Maybe. Machen wir hier auch mal Musik an. 3, 1. Da können wir nicht klopfen. 3, 2 nehme ich an. Auch nicht. 3, 3. 3. Oh, hallo. Was bist du eigentlich? Ähm, gute Frage. Etwas Biologisches. Ein Vierbeiner, der niedliche Geräusche macht. Das Konzept gefällt mir. Ja. Und dann, wie geht's die Geräusche. 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 Untertitelung des ZDF, 2020